Über 10 Jahre ist es her. Zusammen mit dem DENODINCH! Hallo! Lange habt ihr gewartet. Wenn ich gewinne, muss Deno sein Gesicht zeigen. Also Face-Reveal komplett. Japp. Ja! Ja! Nun ist es soweit. Deno zeigt sich. Ready für die Aufnahme? Also, ja klar. Ja, ist er doch! Aha! Gott! Geil! Was machst du hier? Es ist der 11. Let's go! Bereit? Fast. Ich sitze seit drei Tagen und sauge die Energie der Sonne auf. Atme die Luft, sitze auf Stein. Komm und überzeuge dich. Setz dich hin. Wie soll ich hier hochkommen? Alter, hier liegt eine Plastikgabel. Aua, irgendwas piekst mich. Okay. Das ist die Natur. Fühlst du es? Ich fühle, dass ich einen Sonnenbrand kriege, aber sonst fühle ich nichts. Das ist die Energie. Die Energie der Erde? Nein, der Sonne. Ach so, der Sonne. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Die Sonne, die Berge. Ja. Aber wir müssen dich zeigen. Es ist der 11. Du kommst da nicht drum rum. Ich weiß. Deswegen sitze ich seit drei Tagen hier und sauge die Energie auf. Und es ist fast nichts mehr da. Aber ich bin bereit. Das ist fast nichts mehr da. Hast du Angst davor, dich zu zeigen? Angst? Nein. Ich habe keine Angst. Ja, dann können wir uns das jetzt so zeigen. Ja, ist mir doch egal. Können wir machen. Ich will einfach bloß ready sein für den Stream. Für diesen 24, wie lange? Du hast mir nichts gesagt irgendwie über den Stream. Wie darfst du sagen? Auto und Indoor. 24 Stunden plus Stream. Das klingt kompliziert, man. Deswegen sitze ich auf dem Stein. Deswegen, die Vermarktung ist noch nicht so gut. Ja, okay. Aber du musst mir trotzdem sagen, was abgeht. Also was ist denn jetzt überhaupt in dem Stream? Der Stream wird Wahnsinn. Wir werden uns beide 24 Stunden Indoor, Outdoor im Stream bewegen. Wir werden die Nacht durchstehen. Indoor, Outdoor. Alles. Habe ich Indoor, Outdoor schon gesagt. Aber wer schläft denn jetzt draußen? Das wird durch Challenges entschieden. Aber welche Challenges denn? Lucky Blocks? Nein, oder? Zum Beispiel. Nein, da verliere ich, Mann. Wie sind wir denn? Wie bin ich hier? Wie sitze ich auf dem Stein? Du hast schon verloren. Deswegen sind wir hier. Du musst dich jetzt zeigen. Es ist der 11. Juli 2024. Bist du bereit? Bist du ein Kalender? Ja, ich bin bereit, Mann. Let's go. Ja? Okay. J 줄 wirat digo. Jaz okay. Ich rufe. caught. Ich warte. Ich warte. Mal го daytime. Gears. Ich binlauf. Vielen Dank.